Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Flo Forell und in diesem Video schauen wir uns 5 günstige Dividendenaktien an, die ich jetzt persönlich im Dezember 2023 kaufen würde, weil es wirklich geniale Aktien sind, die super günstig sind und wo ich auch der Meinung bin, dass die wirklich auch nicht mehr lange günstig sind. Und von daher, ja, kann man sich diese auf jeden Fall mal anschauen. Das Ganze ist natürlich wie immer keine Anlageberatung, nur meine persönliche Meinung und schreib auch du gerne mal jetzt in die Kommentare, welche Dividendenaktien du so aktuell im Dezember 2023 kaufen würdest. Ich bin sehr gespannt und lass auch gerne einen Daumen nach oben da für das Video. Ja, und zwar diese Dividendenaktien möchte ich kaufen, nehme ich einmal hier Nummer 1 Daikin. Daikin habe ich bereits in meinem Depot drin und hier ergibt sich gerade eine ganz, ganz spannende charttechnische Formation, die eben auch mehr Aufwärtspotenzial erahnen lässt als Abwärtspotenzial. 138,50 Euro kostet die Aktie aktuell und ist vor allem bekannt für Klimaanlagen. Ja, grundsätzlich auch langfristig ein sehr schöner Aufwärtstrend und hier haben wir aktuell einen schönen Doppelboden, der sich ausbildet. Den schauen wir uns aber gleich nochmal im 12-Monats-Chart genauer an. Kommen wir mal ganz kurz zu den Fundamentaldaten. 39 Milliarden Euro Marktkapitalisierung, Kursgewinnverhältnis von 24, was in Ordnung ist für Daikin-Verhältnisse, eher sogar günstig. Und eine Dividendenrendite von 1,13 Prozent, die keine Senkung seit zwölf Jahren hat. Plus, und das ist das sehr, sehr Spannende, seit zehn Jahren wird die Dividende pro Jahr um rund 19 Prozent gesteigert. Also wirklich sehr, sehr stark und was macht Daikin überhaupt? Ich hatte es schon gesagt, Klimaanlagen, da sind sie extrem erwachsen und ist ja auch ein tolles Thema grundsätzlich für die Zukunft, denn wir wissen ja alle, es wird immer heißer und so weiter. Ja, ich weiß, keine Diskussion dazu um den Klimawandel und so weiter in den Kommentaren, aber wir wissen es, die Absätze florieren aber auch zum Beispiel für Wärmepumpen, hatten wir auch in Deutschland ganz großes Thema. Und hier, wie gesagt, dieser wunderschöne Doppelboden und das eben auch nochmal ein starkes Indiz dafür, dass eben der Kurs hier vermutlich nicht weiter runtergehen wird, sondern eben hier wieder nach oben durchstarten wird. Und das eben mit einem tollen Konzern, der eben nicht nur Klimaanlagen macht, sondern eben auch zum Beispiel Rüstung, Chemie und vieles weitere. Das alles aus Japan auch noch. Also von daher auch noch eine schöne geografische Diversifikation für dein Depot. Ja, insgesamt also eine schöne Aktie und wie gesagt, ich bin schon ja investiert, würde aber hier nochmal nachkaufen. Zweite Aktie, dort bin ich auch schon selber investiert und auch hier gibt es gerade eine sehr, 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 sehr spannende Situation, nämlich T-Royal Price und ich glaube tatsächlich, dass die Aktie auch nicht mehr lange so günstig sein wird. 91,33 Euro kostet die Aktie aktuell und ja, T-Royal Price kann man so ein bisschen vergleichen mit BlackRock, ist auf jeden Fall kleiner, aber nichtsdestoweniger interessanter. Also von daher, ja auch ein Vermögensverwalter, ein sehr, sehr großer weltweit, der aber weniger auf ETFs setzt, sondern mehr auf zum Beispiel Fonds und das soll jetzt aber auch gar nicht das Ganze schmälern. Wir haben grundsätzlich hier ein trotzdem großes Unternehmen mit 20 Milliarden Euro Marktkapitalisierung, Kursgewöhnverhältnis von 14, was eher günstig ist, 4,99 Prozent Dividendenrendite und sie steigern seit unglaublichen 37 Jahren die Dividende und das in den letzten zehn Jahren um rund 13 Prozent pro Jahr. Also auch wirklich hier ein sehr, sehr starker Dividendentitel, passt wirklich alles, die Höhe der Dividende passt mit 4,99 Prozent, die Steigerung passt mit 37 Jahren und auch pro Jahr rund 13 Prozent Steigerung ist auch vollkommen in Ordnung und von daher wirklich eine tolle Situation. Und wir haben hier eben auch eben einen Doppelboden gehabt in der Situation plus eben hier jetzt den Sprung über die 50-Tage-Linie, das ist die gelbe Linie, wo wir jetzt gerade einen Retest haben, also dass der Kurs von oben wieder unten, von oben nach unten auf die gelbe Linie quasi einmal aufsetzt. Und dann, wenn es dann eben wieder nach oben geht und davon gehe ich aus, haben wir quasi den Test gemacht, ob diese Unterstützung hält und diese hält meiner Meinung nach durchaus, denn wir haben hier wirklich auch ein sehr schönes Kursniveau erreicht. Und deswegen für mich T-Roy Price ein ganz klarer Nachkaufkandidat, für mich persönlich, aber vielleicht auch für dich ein Erstkauf und ja grundsätzlich BlackRock natürlich auch gut, aber T-Roy Price finde ich zum aktuellen Zeitpunkt durchaus interessanter. Ja, kommen wir zu BAT, British American Tobacco und ich weiß, die Aktie habe ich jetzt schon das ein oder andere Mal ja auch empfohlen und trotzdem, das soll vielleicht auch nochmal so ein kleiner Hinweis sein, dass sie wirklich auch nochmal besonders ins Auge genommen werden sollte, oder ja gefasst werden sollte, weil sie einfach extrem interessant ist. 27 Euro kostet die Aktie aktuell und ist wirklich ja so günstig wie noch nie. Wir haben eine Marktkapitalisierung von 60 Milliarden Euro, Kursgewinnverhältnis von 6 und eine unglaubliche Dividendenrendite von 10,01 Prozent. Also das ist wirklich ordentlich, wenn man jetzt noch bedenkt, dass das Ganze ohne Quellensteuer ist, weil es eben eine britische Aktie ist, umso besser. Steigert seit 25 Jahren, auch die Dividende ist meiner Meinung nach nicht gefährdet, weil die eben auch ja gut finanziert werden kann und grundsätzlich 6 Prozent Steigerung in den letzten 10 Jahren pro Jahr von der Dividende. Also von daher auch hier wirklich sehr schön. Was nicht schön ist, das muss man ganz ehrlich auch sagen, ist hier der Kursverlauf, der hat sich wirklich hier nicht gut entwickelt. Mein Durchschnittspreis liegt ungefähr bei, ich glaube 29 Euro, weil ich eben auch hier nochmal nach diesem Sturz hier in der letzten Woche nochmal nachgekauft hatte. Da ging es darum, dass eben Rich American Tobacco eben ja ein paar Abschreibungen vornehmen musste, wegen eben zu hoch angesetzter Werte für ihre Zigarettenmarken. Und letztendlich, das ist nicht zahlungswirksam, also von daher wirklich belastet es auch nicht besonders. Aber es ist natürlich trotzdem nochmal wieder ein Dämpfer, deswegen ist der Kurs auch noch unten gegangen und deswegen habe ich hier aber auch nachgekauft. Ich kenne auch viele andere, die nachgekauft haben, weil eben das aktuelle Niveau sehr, sehr gut ist, meiner Meinung nach. Und von daher, ja auch hier für mich ein übertriebener Abverkauf und langfristig gesehen schöne Dividende und eben auch nochmal wieder Rebound-Potenzial. Da auch gerne in die Kommentare mal schreiben, wie du das siehst. Ich bin auch sehr gespannt und lass uns da gerne ein bisschen diskutieren. So, die nächste Aktie. Eine sehr, sehr spannende Aktie, auch in meinem Depot schon drin. Du siehst heute ganz, ganz viele Aktien aus meinem Depot schon. Silvania Platinum. Eine super kleine Aktie aus Südafrika. 0,80 Euro, also 80 Cent, um es einfach zu sagen, an Preis für die Aktie. Und wir haben hier ein Unternehmen aus dem Bereich, ja steckt schon drin, Platinum, Edelmetalle, Gold und so weiter. Also wirklich sehr, sehr spannende Edelmetalle, die eben nicht nur für Schmuck und so weiter gebraucht werden, sondern eben auch für Industrie. Rohstoffe bin ich eigentlich nicht so der große Fan von, aber in dem Fall, weil wir eben ein sehr, sehr spannendes Unternehmen haben, 223 Millionen Euro Marktkapitalisierung. Also noch nicht mal eine Milliarde, also wirklich ein kleines Unternehmen. Kursgewinnverhältnis von 5, was sehr günstig ist und eine Dividendenrendite von 14,71%. Ja, 14,71%. Also wirklich eine extreme Dividende, die aber auch gut gesteigert wird und eben auch grundsätzlich sehr solide erwirtschaftet wird. Denn wenn man sich mal so ein bisschen anschaut, die Kennzahlen von Silvana Platinum, dann sieht man, dass den Umsatz und Gewinn wirklich zweistellig gut zulegen, dementsprechend gut aufgestellt sind, ist natürlich spekulativer. Wir haben aber auch hier charttechnisch gesehen eine schöne Situation, weil wir eben auch schön einen Boden ausgebildet haben auf dem Niveau. Und von daher gehe ich auch davon aus, dass wir hier eben nicht weiter nach unten gehen werden, sondern eben hier wieder nach oben ausscheren werden und das eben gepaart mit einer wunderschönen Dividende, die ich, wie gesagt, jetzt auch schon, ich glaube, schon das zweite Jahr mittlerweile bekomme. Also ich glaube schon, ja. Und von daher wirklich eine schöne Aktie. Die darf gerne wieder ein bisschen steigen. Das freut mich natürlich auch. Aber zum Nachkaufen oder zum Erstkaufen ist das wirklich aktuell meiner Meinung nach ein wirklich sehr schöner Zeitpunkt. Ja, Diageo, letzte Aktie aus diesem Video. Und auch da muss ich schon mal dazu sagen, ja, die habe ich jetzt auch schon das ein oder andere Mal erwähnt. Aber auch hier nochmal der Hinweis, weil ich habe auch schon andere Aktien das ein oder andere Mal schon erwähnt. Und die sind mittlerweile abgehoben, also wieder nach oben. Und das ist halt dann wieder so eine Sache. Ich weiß gerne zwei-, dreimal oder vielleicht auch viermal auch, wenn das eine Aktie gerade günstig ist, bevor ich dann wieder im Nachhinein das Gejammer höre, wo dann alle sagen, ja, aber wäre ich doch damals bei Diageo eingestiegen und so weiter und so fort. Warum hast du sie nicht nochmal erwähnt oder sonst was? Hier ist es nochmal. Also Diageo, auch in meinem Depot drin, auch hier charttechnisch gesehen eine schöne Unterstützung. Wir sind auch hier langfristig in einem Aufwärtstrend. Diageo, ein großer Spirituosen-Anbieter, zum Beispiel von Smirnoff und so weiter. Also wirklich große Marken weltweit unterwegs. 74 Milliarden Euro Marktkapitalisierung, Kursgewinnverhältnis von 17, was für Diageo-Verhältnisse eher günstig ist. 3,49 Prozent Dividendenrendite und steigert seit 36 Jahren und das in den letzten zehn Jahren um rund sechs Prozent pro Jahr. Also auch hier wirklich eine schöne Dividende. Auch hier wie bei British American Tobacco ohne Quellensteuer. Also auch das nochmal sehr interessant für Dividendenjäger. Und auch hier ein schöner Doppelboden oder Dreifachboden, je nachdem wie man es sehen möchte. Oder auch eine umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter-Formation charttechnisch gesehen. Also auch hier eine schöne Situation, wo man sagen kann, mehr Aufwärtspotenzial als Abwärtspotenzial. Und von daher hier auch Diageo, ein schönes Unternehmen, was ich persönlich aktuell wieder nachkaufen würde. Und ja grundsätzlich, wie gesagt, sehr solide aufgestellt. Haben dieses Jahr so ein bisschen die Prognose nach unten gesetzt. Also das war nicht ganz so toll. Deswegen ist eben auch der Kurs so ein bisschen weiter nach unten abgeschmiert. Aber letztendlich wirklich ein schönes Unternehmen. Und wie gesagt, ich werde auch hier langfristig davon profitieren. Und habe sowohl Rebound-Chancen im Kurs als auch die schöne Dividende. Das sind jetzt mal die fünf Aktien, die ich im Dezember kaufen würde, die Dividende zahlen. Und du darfst natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, wie du die findest. Ich bin sehr gespannt auf den Austausch in den Kommentaren. Und folg mir auch gerne für noch mehr solche Videos. Ich lade alle zwei Tage ein Video hoch zum Thema Aktien, Geld und Finanzen. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn du auch beim nächsten Video dabei bist. Bis dahin wünschst du dir alles, alles Gute. Viele schöne Renditen. Mach's gut. Dein Flo Farrell. Dein Flo Farrell.